Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town. Diesmal mit dem kompletten Team Let's Mister und wieder mit Timo. Und wir haben nach, gefühlt, anderthalb Stunden endlich mal hingekriegt, eine Runde zu zaubern. Weil, ich nicht nirgelt. Oh Gott. Maurice, guck mal bitte. Was feiert ihr da schon? Wir spielen an unseren kleinen... Ich hab... Ich hab... Kali ist im Übrigen bei mir. Ich hab das beste Bild überhaupt. Alter, wo hast du das her? Was her, ey? Sag ich dir nicht. Wahrscheinlich wieder bei Pornhub oder so geklaut. Nee, nee. Das ist wieder dein Lierer, oder was? Nee, nee, wo bist du? Sesh, warte, du kommst da grad an. Ich zeig dir das mal. Das ist die... Auf der Oben Seite. Sexiest, sexiest man of the life, warte. Scheiße. Da ist er runtergefallen. Ey, was willst du hier bei mir? W- Du bist hier? Oder? Ich bin hier. Bist du? Weg. Wo bist du denn? 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 Ich hab... Ich hab mich nicht davon. Ich hab mich nicht der Zweite. Ich hab's ungefähr der große Versuch mit der Leiter. Ne, ne. Da ist Timo. Da läuft der Sisch. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Blöchen. Komm mal. Äh, ja. Komm mal. Keine Ahnung. Schieß einfach mal in die Luft. Ach, ich hab dich gehört. Du bist... Ich glaub, du bist in... in dem Haus drin, ne? Ah, ja. Komm dann raus. Dann leg ich die Tür auf. Okay. Moment. Die Füsse machen wir mal weg. My little pony. Ach, Sisch. Woah. Ja, Sisch ist es. Er hat den Friendship Beam auf mich geschossen. Und nicht getroffen. War aber mit Sicherheit sehr knapp. Okay, wo ist das? Au. Aua. Ist das denn jetzt nur Mo oder Sisch? Sisch ist das. Ich glaub Timo ist das. Was ist das denn für einer? Oh. Mag die Map irgendwie nicht. Die ist mir zu... Bewegungsunlastig. Hä? Hier fliegen Tische. Der Sisch ist es, weil er kauft. Der Sisch ist es, weil er kauft. Sisch ist es, weil er auf mich geschossen ist. Das war natürlich sehr geil, direkt runter zu fallen. Das war schon... Wo war's? Ich hab zwischen den Doppeltüren geguckt. Was? Bist du dann wieder links lang gegangen? Also halt... Ne, ne. Hab dich nicht gesehen. Ich hab... Ich hab genau über die Kiste geguckt. Also ich muss sagen, die Map ist ziemlich... Verwinkel, ne? Ja. Ich find's ihm mega geil. Gott. Ihr könnt jetzt nochmal Waffen wegwerfen mit Kuh einfach, oder? Ja. Jetzt will ich dir... Jetzt will ich dir nochmal mein sexy Bild zeigen. Wo bist du denn? Ja, dann sprühe jetzt irgendeine Wand, die ich bin gerade auf. Okay. Wer ist das? What the fuck, Alter? Das bin ich. Ernsthaft. Ja. Du bist ein richtiger Homo-Fürst, ey. What the fuck? Erstmal zensieren. Ich find das gut. Alter, wie lange ist das her, ey? Ganz ehrlich. Warte mal, ist das ernsthaft, der Mo? Das ist ernsthaft, der Mo, ja. Da war ich. Du sagst da schon ziemlich Homo aus. Ich hab ein Bild in ne Gruppe geschickt. Ich sah nicht besser aus. Das weiß ich. Du siehst heute noch Homo aus von der. Das wundert mich jetzt nicht. Timo? Wie? Oh Gott. Äh, Leute, ich glaub ich wird sterben. Der Mr. Helga, der ist ja so ganz allein in so einem Raum und könnte was gekauft haben. Möglich. Ich komm hier einfach nicht von dieser scheiß Insel runter. Bist du denn? In diesem Haus drin. Ich will hier aber auch nicht raus, weil man dann offen auf dem Präsentierteller ist. Und... Wenn du nicht raus gehst, kommst du halt nicht runter. Timo hängt direkt vor der Tür rum. Das macht die Tür auf und machen weg. Vor allem das Geile, das ist so, du siehst einfach nur die Waffe da innen drin am Fenster. Also links und rechts her laufen. Sind zwei. Ne, jetzt geht's. Hier über den Stich könntest du drüber. Jetzt campe ich. Jetzt campe ich. Jetzt bleib ich hier am Haus. Jetzt bin ich frustriert und campe. Imo? Kalli, der Kalli, der guckt da oben vorm Turm so schön rum. Ich guck, was der da macht. Ja, ist klar. Es ist Romo hier, ey. Ohne Scheiß. Ich komm dann einfach raus. Geht er doch weg? Kann ich mit so einer Poisoner AVP? Dann sind sie gleich so zack. Ne. Wo seid ihr denn? Wackelt. Ein Chipbeam hat einer auf mich gemacht. Cool. Das war der Kalli. Siehst du mir auf mich? Ich würd mal sagen, der Kalli ist es. Nein, ich bin das nicht. Mach einfach mal den Kalli. Bei dieses... Nein. Ich bin das wirklich nicht. Der ist oben auf den beiden Türmen drauf. Oh! Chris Smoke. Da ist er. Ich hab einen Hader kassiert noch. Ich bin im Übrigen geflogen. Und dann wurde ich hier gemacht. Wie du bist geflogen? Ja. Mit dem Wagen oder was? Ja. Juhuuu. Ne. Ich wollte das fast da unten wegmachen. Dann hab ich den Hader kassiert. Ich fand das lustig. Oh. Jetzt starte ich mal anders. Nicht unten in meiner Pornokammer. Meine. Ernsthaft? Ja. Ich find's echt Detlefhaft. Detlefhaft. Das war das Gebäude hier da hinten. Wo man runterfahren konnte, ne? Starte das gleich nochmal neu. Krieg ich gleich nochmal neue AP. Leer? Ja. In 7 Sekunden. Das war jetzt nämlich richtig. Will wieder fliegen. Will keine Pistol. Also. Innocent. Hallo. Ja. Ja. Ich stand hier oben. Ich dachte mir so, komm machst das Fass da unten weg. Kali kommt übrigens zu mir. Ja. Ich weiß. Soll ich dir jetzt glauben oder was? Ja. Timo stand da links um die Ecke. Ich hab den nicht gesehen. Ich schieße auf das Fass weg und werde und sage so. Bääääääääh. Bääääähäh. Bäääähähäh. Ist so kein Trebacke halt. Ist der da jetzt runtergesprungen? Ja, bin ich. Also, das ist mir irgendwie zu heikel mit euch beiden. Ich bin übrigens mir death, ich hab nur noch CHP. Ich spring doch mal. Jetzt? Oh, was ist das denn? Ne, weißt du was? Ich sehe euch alle. Okay, er war's nicht. Ich hab ne Incendary auf ihn geschmissen, er war's nicht. Michelle ist es. Oh, da hinten. Ja, kann ich stieren. Alter, Jungs, was ist los mit euch? Du siehst mich schild aus, oder? Wat? Au! Nein, nicht wegschmissen. Alarm! Alarm! Na, wo ist er denn? Es ist mir zu heiß. Wo ist er denn? Okay, die war zu kurz. Ich hätt'n Räufel mitnehmen sollen wir. Wer ist denn alles noch da? Nur wir beide, mein Schatz. Ja, dann weiß ich auch, wer es ist. Mach ehrlich. Deiner dreckiger Verräter. Rätor. Aber ich sitz das jetzt einfach aus. Wie sitzt du das mal aus? Wo ist er denn? Ich weiß nämlich, dass ich keine Chance habe. Du hast dich ja viel bewegt in 30 Sekunden. Hä? Du hast dich viel bewegt in 30 Sekunden. Neck mir mal. Da bewege ich mich. Na wow. Ganze 10 Meter oder so. Ich bin ein Camper. Was? Zack. Du konntest mich doch gar nicht sehen. Da war ich geil, Mo. Ich hab die Tübe wirklich gesehen. Sie laufen zwischen den Türmen her und ballern einmal mit der Schrotze nach oben hin und dann so. Ja, wer schießt denn da? Ja gut, ich musste es halt so nutzen, dass ich euch irgendwie gegeneinander aufwiegel. Ja, das ist ja geschafft. Kali hat ja angefangen einfach mich wegzumachen. Ja, und mich hat ja auch angeschossen. Du, ich hab, ich hab ihn, ich hab die Tübe noch nicht mehr gesehen. Du hast mir einfach eiskalt ins Lücken mag. Die Nades, die fliegen extrem beschissen auf der Map, ne? Die fliegen die Spiele gemein beschissen. Ich find die mega geil. Weil die Tübe so verwinkelt ist. Was, die Map ist, die Map ist verwinkelt? Ja. Dann spielen wir gleich mal eine Tübe, nur in einem Haus. Am besten Chloe, du. Ja, die, die, die finde ich persönlich. Geiler. Ja, die finde ich, also Chloe, du finde ich auch geil. Aber die Map, die finde ich halt mega nice, weil die so weitläufig ist. Ne, die finde ich persönlich richtig beschissen, weil du A, auf den Dächern da rumturnst. Hallo. Und B. Ich dachte, ich hätte dich jetzt fünfmal hintereinander wegmachen können. So. Ich war die ganze Zeit hinterher. Ich hab nur eins hier vor. Wolltest du wieder Fahrschul fahren? Ja. Dann lag hier hinten nicht mal eine Rifle. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich hier von dem Scheiß runterkomme. Im Übrigen 6, wenn ich das sage. Da ist eine Holzleiter. Warte, warte, stopp, stopp, zurück. Dreh dich aber um. Und da kannst du übers Holz, glaube ich. Woher? Wie komme ich denn da runter? Da. Da. Oh, ne. Mit Fenchern, wir brauchen wir keinen Bockdruck. Jo. Okay. Ich geh da nicht runter. Ich hab mich anders entschieden. Okay. Bin schon oben? Warte. Okay, bin oben angekommen. Schmeiß mal wieder runter. Warte. Warte. Äh, da kann ich jetzt runter schmeißen. Bis mein Sonnenstein, du lass dich nie mehr anhand. Warte, ich schieß mal eben die Fässer hier kaputt, ne? Alter. Ja, das Battle ist angekommen. Mich hat die Scheiße gleich hochpflichtet hier, ey. Gerade schon draufgegangen. Also, ne? Timo ist bei mir. Ich bin beim Timo. Wenn einer von uns nichts mehr sagt, ne? Ja, ich hab hier auch schon alles im Blickfeld. Ja, Kali ist dahinten im Turn. Oh, ihr seid zwei Camper. Ist nicht schlimm. Okay. Dann glaub mir, irgendwann kommt die Liebe zu dir. Bist du jetzt runtergefallen? Oh Gott. Alles klar, man muss runtergefahren. Wir werden mal bei dir bleiben. Wo war das denn mal? Der Sternfisch, er liebt dich. Ich brauch die Quale, er liebt dich. Wir werden mal bei dir bleiben. Ja, guck mal. Cool Fisch. Ach, ey. Mo schreibt gerade, Charlie, du siehst traurig aus. Deine Kulleraugen starren geradeaus. Deine Kulleraugen starren geradeaus. Oh, ne Scheiße, wie schön, ne? Du denkst. Kann man hier eigentlich ingame reden? Warte mal. Jetzt hat er gesagt, der Chuchuchu. Kann man hier ingame reden? Äh, ja, das war... Kann man aber lassen. Gegner Tasten. Ihr? Ne. Ihr? Ne. Alter. Hör auf mich zu hauen. Irgendwo war das. Ich glaube... Das ist dein. Es soll nicht gehen, Schuss. Ne, Timo ist da. Shift? Ne, Shift leider auch nicht. Ah. Oh mein Gott, ich komm hier lieber runter. Oh mein Gott. Zesh ist es. Auf jeden Fall. Weil Timo wartet nicht so lange, Michelle schon gar nicht. So, so. Äh. Moment. Sagt mal jeder was? Also, ich bin auch da. Ich weiß nicht, was die anderen beiden haben. Die waren gerade oben und... Haben sich da gegenseitig mal angefüllt. Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du verarscht mich. Oder... Der Zesh verarscht uns und will, dass ich dich wegschieße. Ja, wahrscheinlich. So wie gerade auch. So sagt er jetzt wieder nix. Das gefällt mir nicht. Wo gehst du hin, Timo? Ich laufe hier oben rum. Ich sehe auch keinen von den beiden. Ich weiß nicht, wo die beiden sind. Oben? Definiere bitte oben. Ja, da bei den beiden Towern. Du warst aber gerade unten. Ja, ich bin doch da längst drüber gelaufen. Ich doch da... Den Weg gefunden hab mit dem Brett. Bist du denn, Netz? Ja, bleib du mal bitte da hinten. Wo bist denn du, Kali? Wieso willst du überhaupt zu mir? Ich will wissen, wo du bist, nur. Das sag ich dir nicht. Kauf dir ein Radar. Kein Geld mehr für. Ups. Na toll. Okay. Okay. Das ist so Timo, is it. Kann ich sein. Zack, wo warst du, Mann? Die Tower. Die ganze Zeit. Der hatte dich die ganze Zeit gesehen. Oh Mann, ey. Vor allen Dingen, ne? Ich hatte eigentlich gar keine Panik bekommen. Als der da hochkam, wusste ich, der ist da. Das Problem da war, ich hatte die ganze Zeit den Moe drin. Mit der AWP. Ich hab zwei Mal arschknapp an ihm vorbeigeschossen. Ich hab das nicht mitgekriegt. Sorry. Ich fand die Smoke sehr elegant geworfen. Oh ja. Die war sehr gut. Die war sehr geil. Von mich sieht er immer noch den Rauch oben drin. Ich auch. Aber es war ziemlich illegal. Ich hab eh nur eine Snapper. Ich war mir echt nicht sicher, ne? Hab ja am Anfang gemerkt. Ich glaube, ich verarsche euch einfach zu oft bei dem Spiel. Ja. Besser. Da ist Timo wieder. Was hast du da geworfen? Eine Nate. Ja, warte, was ist denn für eine Nate? Au, Alter. Flashbang, Mann. Timo ist es, glaube ich. Flashbang war da, Mann. Eine Flashbang, das war eine fucking Scenary. Wallolo. 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 Gehe weg, ey, dass wir das fassen und schießt euch einer drauf. Alter. Ich hab nur die Fenster kaputt. Ja, ja. Ich geh weg. Ich mag dich nicht mehr. Da liest du dich traurig aus, deine Kulder aufwecken. Gerade aus. In jeder TTT-Aufnahme ist bisher dieses verkackte Lied drin. Das kann ich noch als Sash. Ich bin hier, ich hab die Fässer nur kaputt gemacht. Nein, auch nicht, dass ich dich wieder wegmache. Ja. Na, komm. Ich sehe jetzt nur ein Timo. Der Schloss, den Fass, ne? Auf den Sash. Mein Gott. Okay, ich lebe noch. Jetzt ist da kein Fass mehr. Noch ein Bier. Noch ein Bier. Wow. Au. Was ist da? Das ist passiert. Ein Fass. Fass. Wir sind zu nah dran. Ich hab nur 100. Das ist gut. Du schubst mich bloß nicht runter. Habe ich nicht vor. Bleib doch gerne bei Freunden. Hm. Bestimmt. Wo? Headcrap Launcher. Alter. Okay, also ich kann schon mal davon ausgehen, dass du es nicht bist. Das ist absolut korrekt. Wer war denn das jetzt? Alles. Alles klar klar. Ich kann eigentlich nur einen, der das nutzt. Warte, 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 warte. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Oh mein Gott. Ich sterbe, ich sterbe. Auch 100. Ich bin tot. Bist du hin? Wo bist du hin? Ich bin um. Okay. von links hilfe ja deswegen der headcrap launcher ich habe mich mit der melone weggemacht ich dachte überhaupt nicht macht die instant dauernd du hast mit der melone gemacht ja das ist der an der tod umgekippt also ich habe gedacht das werden einfach nur ein explodiertes fass und nicht ein headcrap launch annehmen warum bin ich der einzige das nützt ihr lützer das ist nicht der einzige aber es gibt nicht viele die das ding nutzen erst hatte ich überlegt ob ich irgendein hier in den zusammenbrechturm locke mich dann wegteleportiert hat den teleporter nicht schnell genug gefunden das ist dieses telefon und dann habe ich halt du hättest sogar tatsächlich nicht machen können wir waren eine zeit lang da drunter ernsthaft ja die tun nichts falsches was denn wir waren zumindest auf dem haus ja gut und wenn ihr oben draus seid die zeit fehlt euch ich baue mir jetzt ein neues haus such mir ich stelle mir dass mein häuschen jetzt einen schönen platz hin und dann übernacht ich dort was denn das ich habe ich halt hat das schießt doch nicht schießt auf den koffer ich habe einen koffer gewonnen das andere ding kriegt ja mit der schütten runter geschossen ja geht mit dem mann hey haben wir drunter gefallen da ist nur eine kanate ich habe geputzt entschuldigung ich dachte jetzt kann ich ihn ins reinwerfen ganz sexy aber dann kannst du ich mache es nicht aber was mache ich denn jetzt wie geht das bestätigt jetzt auf jeden fall am besten springst du einfach runter ich spring einfach runter und kriegte die punkte nicht richtig ok warte mal auf dem dach selbst war da hinten und was macht Timo? Timo stand auch auf dem dach ich habe die Turnspitze habe ich im Blick hauptsache ich habe erst acht punkte und sechs zwanzig das ist viel ich habe drei du bist halt einfach scheiße warum habe ich eigentlich drei punkte? weil du zwei Innos weggemacht hast dann ist auch egal ey du ich war mir halt nicht sicher ob er es ist oder nicht weil er direkt auf mich geschossen hat aber er ist auf jeden fall Inno das heißt sich oder Timo ich habe nichts gemacht ich latsche die ganze zeit rum und such einfach nur eine Waffe um uns sechs zu machen oder was? ja klar wie es rum liegt ne? sechs? na der labert wir ja nix damit wir uns wieder gegenseitig killen ne? hallo warum schießt du denn jetzt auf mich? ja 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 gewonnen hat Timo ja das ging fix ja das ging echt fix ja gewonnen hat Timo ich such dir ne Map aus echt? mit zwei Punkten der Arsch bitte schnell das ist grad hart was gehen irgendwas Lumos oder Richland? Terminal Terminal also doch Terminal also gut haha